Musik Zum Wochenstart am Montag bleiben die Temperaturen unter dem Gefrierpunkt. Bei minus 5 bis minus 3 Grad zeigt sich der Himmel bedeckt, aber trocken. Auch in der Nacht können einzelne Wolken auftreten, bei Tiefstwerten von minus 6 Grad. Auch die nächsten Tage bleibt es kalt. Bei Höchstwerten von minus 3 Grad am Dienstag erwartet uns ein Mix aus Sonne und Wolken. Am Mittwoch und Donnerstag bleiben die Temperaturen ebenfalls im Minusbereich. Dabei wird es sonnig, nur selten können vereinzelte Wolken aufziehen.